So, Freunde im Graubünden, Videoblog. Ähm, von Baden und Basel gibt es leider keine Videoblogs, weil mein Laptop ist geklaut worden mit dem ganzen Videomaterial und mit der Festplatte und, und, und. Das habe ich vielleicht nicht bekommen via meine persönliche Facebook-Page. Die beiden Konzerte waren aber trotzdem super. In Baden war ich krank und in Basel hatten wir einen Ersatzdrummer. Wir haben dort noch eine kleine Story zusammengestellt, um zu erklären, warum wir einen Ersatzdrummer haben. Und das kommt irgendwann wahrscheinlich noch auf YouTube. Es gibt aber auch gute News, wir haben dieses Jahr schon wieder ein paar Shows zusammen. Und, ähm, die werden am Anfang kommuniziert via mein Facebook, auf manilio.com, auf Instagram. Ich versuche das immer überall so etwas zu verteilen. Nachher war ja noch Eldorado Christmas, von diesem Honey-Material, das sehen wir nachher. Als nächstes sind wir am 15. Februar im Stadttheater Biel und am 21. Februar im Korfmehl in der Rumpaar-Solatun. . . Das war's für heute. Das war's für heute. Go, 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 go Ey, 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 ey Go, ey, go Ey, 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 ey Untertitelung des ZDF, 2020